So, die Abenddämmerung auf der Terrasse, nachdem die Mutti die Blumen gegossen hat. So, und das Nest der Ameisen ist hier. Da habe ich eben drei Kilo Ameisentot reingekippt. Mal sehen, ob es was nutzt. Krieg ich immer noch rum, wie es aussieht. Da, siehst du, wie es kreucht und fleucht, grausam, die Berger bei der Siedlung, alle zähmlich wie schnackig hier stehe, sehr schön. Na, und zu was diese Kerzen aufgehoben werden, weißt du auch nicht. Alle Blumen sind gegossen, der Buddha plätschert und die Mutti ist müde. Tschüssi.